Guten Morgen! Wir haben Freitag, den 17. Juli und blicken jetzt wieder mal direkt live in die Märkte. Heute mit Blick bei den Währungen auf US-Dollar, Cann-Dollar, Austral-Dollar, Schweizer Franken und das Währungspaar Neuseeland-Dollar, Singapur-Dollar. Also mal wieder was aus den hinteren Reihen heute auch dabei. Aber das ein oder andere Mal lohnt sich da wirklich auch das Hinschauen. Und wir sehen es im Hintergrund auch stehen. US-Wirtschaft mit Erholungstendenz nach dem Corona-Lockdown. Doch der Ausblick ist gemischt. Das heißt, wir blicken jetzt mal zurück auf die Zeit zwischen dem letzten Wiesbuk und dem aktuellen. Was dort passiert ist, das bringt der Titel so ein bisschen auf den Punkt. Das machen wir im zweiten Teil der heutigen Freitagsbesprechung. Weil es wichtig ist, dass wir wissen, was in der US-Wirtschaft los ist. Wobei ich hier an dieser Stelle auch sage, mal abwarten, ob die Erwartungen, die hier geschürt wurden, sind auch eintreffen. Beziehungsweise ob die Erholungstendenzen auch da bleiben. Warum frage ich das? Ganz einfach. Es sieht nicht so richtig nett aus in den USA im Moment. Wir sehen die Fallzahlen. Ich gehe da nachher auch nochmal kurz drauf ein. Denn zuvor, wie immer, der Risikohinweis an dieser Stelle bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit die Wiesen und CFD ist auf Margin. Der kann zu Verlusten führen. Das Ganze, wie immer, ja, damit fertig. Und wir machen weiter mit den Tagesnachrichten. Das Ganze für den heutigen Tag, Freitag, 11 Uhr, gibt es die Verbraucherpreisindex oder den Verbraucherpreisindex hier bei uns. In der EU, Weidmann spricht, der Bundesbank, nein, ein Bundesbankmitglied, der Mauderer spricht, Bank of England, Governor Bailey spricht auch. Das Ganze um 11.30 Uhr und um 12.14 Uhr bekommen wir dann die Baugenehmigung aus den USA. Wir wissen ja inzwischen, das ist ein Thema, was die Wirtschaft dort betrifft. Aber die, sage ich mal, ja, oft nicht so brutal heftige Auswirkungen auf die Indizes an sich hat. Aber es ist gut zu wissen, dass das heute kommt an dieser Stelle bei den einen oder anderen. Kann es interessieren, wegen dem Bild für die fundamentale Geschichte in den USA. Uni Michigan kommt heute auch um 16 Uhr, gibt es die Konsumentenerwartungen und das Verbrauchervertrauen. Und da wissen wir ja, wie wichtig das für die Wirtschaft ist. Und am Abend gibt es heute wieder die COT-Reports. Thema COT-Reports sind 14 Tagen. Freitag habe ich übrigens den Martin Gürsch hier mal wieder mit als Trader am Freitag in der Leitung. Vielleicht gibt es da auch einen Einblick in ein aktuelles COT-Signal. Lassen wir uns überraschen. Wir können die Märkte ja nicht zwingen, was zu machen. Aber wenn es was gibt, bin ich mir ziemlich sicher, er wird uns das hier vorstellen. Wir bleiben noch bei den Nachrichten. Blicken auf ein paar wichtige Nachrichten dieser Woche zurück. Und da sehen wir hier an dieser Stelle am Dienstag gab es Nachrichten aus Großbritannien zum Thema BIP. Und da sehen wir, ja, rote Zahlen heißt also, das Ganze war schlechter als die Analysten das erwartet hatten. Aber wenn wir mal beim BIP aufs Monat schauen, da hat es sich im Vergleich zum Vormonat schon ein ganzes Stückchen gebessert. Aber die Drei-Monats-Veränderung, wir sehen es in Großbritannien, da kommt einfach nichts voran. Positive Überraschung übrigens war, dass die Produktion des verarbeitenden Gewerbes in Großbritannien, die hat wirklich positiv überrascht. Minus 24,4, das letzte Ergebnis jetzt, plus 8,4. Lach sogar ein bisschen über dem, was die Analysten erwartet haben. Deutschland, ZDW-Konjunkturerwartung, hier ein rotes Bild, die sind wieder leicht rückläufig. Nachdem wir ja beim letzten Mal auf 63,4 Punkte angestiegen sind, sind die Analysten schon ein bisschen skeptischer gewesen und haben hier eine Marke von 60 Punkten erwartet. 59,3 ist es aktuell. Verbraucherpreise in den USA, hier aktuell 0,2% für den Juno. Ansonsten gab es gestern, nein am Mittwoch, noch den Verbraucherpreisindex aus Großbritannien. Auch dort, also zum Thema Inflation 0,6. Also ein leichter Anstieg zu dem letzten Bericht. Etwas mehr als die Analysten erwartet haben, aber immer noch deutlich unter dem, was die Zentralbanken eigentlich erwarten. Das ist ja jetzt auch keine Überraschung an diesem Punkt. Rohöl-Lagerbestände sind deutlich zurückgegangen am Mittwoch, aber Rohöl kommt trotzdem nicht oben raus. Da gucken wir uns nachher auch nochmal den Chart an, was hier an dieser Stelle los ist. So richtig Kaufdynamik will momentan da nicht aufkommen, macht mich ein bisschen skeptisch. Aber wir werden sehen, wie sich das Ganze auflöst. Donnerstag gestern, sozusagen gab es wieder eine Menge an Terminen. Da war die EZB auch dran. Das war mehr oder weniger ein Event, der nicht wirklich was an den Märkten bewegen konnte. Wir sehen es am DAX, gucken wir uns nachher auch mal gleich an. Ansonsten gab es am gestrigen Tag noch Daten aus China. Das Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal ist angestiegen. Die Industrieproduktion konnte auch leicht zulegen. Also das von der Seite her haben wir ja entsprechend gesehen. Ansonsten, wie schon gesagt, gestern dann der Zinsentscheid bei der EZB. Da gab es wirklich nichts Neues und in der Pressekonferenz wurde jetzt nichts gesagt, was die Märkte noch nicht wussten, beziehungsweise was die Märkte groß in Bewegung gebracht hat. In den USA gab es die Einzelhandelsumsätze. Die stehen hier momentan bei 7,3. 5% sind erwartet worden. 12,1% waren es beim letzten Mal. Man sieht, da bewegt sich was. Aber nicht unbedingt nach vorne. Und das ist das gemischte Bild, was wir hier aktuell entsprechend sehen. Erstanträge auf die Arbeitslosenhilfe an sich. Die sind auf dem Vorwochenniveau verblieben. Positive Überraschung für die Analysten war der Filifeld Herstellungsindex. Die haben einen Wert von 20 erwartet. Tatsächlich waren es 24,1%. Aber wenn wir das mal mit dem letzten Wert vergleichen, der stand bei 27,5%. Das ist also hier an dieser Stelle unter dem Wert des letzten Monats. Also die Einzelhandelsumsätze an sich liegen auch unter dem vom Vormonat. Hier mit Blick auf die USA. Das letzte. Und ansonsten, die kommende Woche sieht Termini so aus. Passt alles auf eine Seite. Zumindest bei den großen, wichtigen Terminen. Da geht es erst Mittwoch los mit den Verkäufen bestehender Häuser und den Rohöl-Lagerbeständen in den USA. Was wir wissen sollten, Thema Japan. Der ein oder andere handelt ja japanische Währungen oder auch den japanischen Aktienindex. Deswegen müssen wir sehen, da ist Donnerstag und Freitag zu. Donnerstag haben wir Tag des Meeres. Am Freitag nationalen Sporttag. Ich hoffe, die können das auch genießen. Nicht, dass sie zu Hause bleiben müssen wegen abgesagter Veranstaltung. Ansonsten gibt es am Freitag nächste Woche dann noch aus Großbritannien die Einzelhandelsumsätze. Den Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe aus Deutschland. Großbritannien wird auch am Freitag geliefert. Und dann gibt es noch den Einkaufsmanager für die Dienstleistung von den Briten und die Verkäufe neuer Häuser aus den USA. Das ist mal so ganz grob über den Daumen der Überblick über wichtige Nachrichten für die kommende Woche. Die Freienjustierung machen wir immer dann an den Morning Briefings hier in der Sendung früh bei TIGMIL um 8.30 Uhr auf Facebook, im Stream oder auch bei Zoom. Das hätten wir damit und damit würde ich sagen, gehen wir nochmal eben kurz auf ein Thema, was ich angesprochen hatte. Thema USA. Ah, die Grafik hatten wir letzte Woche auch schon zum Thema Entwicklung der Wirtschaft betreffend der Corona-Fallzahlen. Und ich hoffe, man kann es erkennen hier im Hintergrund, das ist schon eine richtig große Nummer, die wir hier haben. Also wenn wir mal diese Fallzahlen hier sehen, wie steil die Pyramide hier nach oben drauf geht, dann sieht man schon ganz klar, die Amis haben definitiv ein Problem. Und das wird auch Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. Wir sehen es, die Lockdown-Maßnahmen werden wieder verschärft. Und deswegen gehe ich mal nicht davon aus, dass die guten Zahlen, die wir hier in den letzten Wochen gesehen haben, kurzfristig einfach weiter Bestand haben. Ich gehe eher von schlechteren Zahlen aus. Sehr, sehr interessant wird es dann auch, wenn wir Arbeitslosenzahlen aus den USA bekommen, beziehungsweise die Geschichte mit den Anmeldungen des Ganzen. Das muss man wirklich im Blick haben. Und wir sehen ja mittlerweile neue Lockdown-Maßnahmen. Und wenn das 39 oder knapp 40 Millionen Bundesstaat Kalifornien hier in neue Lockdown-Maßnahmen weitflächig reingeht, das hat einen Impact. Das wird man auch merken. Und das wird aus, sage ich mal, schon Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. Aber einen positiven Aspekt möchte ich an dieser Stelle noch sagen. Und zwar der positive Aspekt, den wir hier haben, ist der, dass wenn die Geschäfte, die Restaurants und so weiter und so fort auch aufmachen, klar, alles auf einem relativ niedrigen Niveau, alles unter gewissen, sage ich mal, Restriktionen, trotz alledem sind auch in den USA die Leute doch wieder hingegangen, haben etwas Geld ausgegeben. Auch wenn das alles auf sehr, sehr niedrigem Niveau ist, aber damit merken wir einfach, solange wie die Leute, sage ich mal, so halbwegs mit Geld versorgt sind, kann sich das dann relativ schnell auch wieder bessern. Das heißt, es könnte jetzt beispielsweise sein, dass wir erst mal ein bisschen Druck, ein bisschen Angst auf die Märkte bekommen und dann, wenn die Fallzahlen wieder zurückgehen, das heißt, wenn diese Grafik sich wieder andersrum entwickelt, dass wir eine Abwärtstendenz auch sehen, dass wir dann relativ schnell wieder gute Zahlen sehen. Das müssen wir sehen. Das war so ein bisschen das, was wir aus den letzten Wochen auch mit rausnehmen konnten. Wenn es besser wird, dass dann auch relativ schnell auch wieder positive Meldungen seitens der Wirtschaft kommen. Das ist schon etwas, was man erwarten kann und das ist gut zu wissen. Ja, wichtig ist an dieser Stelle jetzt nur, ich gehe dann nachher im Biespuk auch nochmal darauf ein, dass wirklich es soweit kommt, dass das Ganze in ein vernünftiges Fahrwasser kommt, dass man Vertrauen haben kann in die Maßnahmen, die sozusagen die entsprechenden, entscheidenden Stellen machen, dass das alles funktioniert, dass die Leute liquide bleiben, ja, dass wir auch keine Liquiditätsengpass bekommen, gerade bei den Leuten, sozusagen bei den Bürgern, die im Thema Arbeitslosenversicherung und so weiter und so fort jetzt gutes Geld bekommen. Das läuft ja irgendwann auch aus und wenn es dann Probleme gibt, die nicht wieder zurück in Arbeit kommen, ja, das könnte dann die Lage deutlich verschärfen. Wir haben ja diese Woche auch Berichtssaison gehabt und da haben wir auch gesehen bei den Banken, dass die großen Banken doch schon deutliche, deutliche Rückstellungen gemacht haben für Kreditausfallrisiken. Also in der letzten Finanzmarktkrise sind sie ja böse überrascht worden. Jetzt sind in großem Umfang hier Rückstellungen für Kreditausfallrisiken gebildet worden, sodass man schon dieses Thema auf dem Schirm hat und versucht, das soweit es geht abzümmeln, dass es hier keinen extremen Engpass gibt. Wir müssen sehen, wie es sich erwirtschaftet, aber das Szenario ist definitiv da, es ist nicht von der Hand zu weisen und deshalb bitte das Ganze auch immer mit im Hinterkopf haben. So, damit genug gequatscht hier über die Sachen, die nichts direkt mit den Kursen zu tun haben. Ich gehe jetzt rein in die Charts. Wir gucken uns den DAX nachher an. Wir besprechen jetzt erstmal unsere drei Handelsideen für den heutigen Morgen. Die sind ja auch im Blog schon veröffentlicht worden. US-Dollar, Cann-Dollar, Austral-Dollar, Schweizer Franken und Neuseeland-Dollar, Singapur-Dollar. Damit starten wir mal durch. Den letzten Wert nehme ich mal als ersten Wert hier bei uns mit Blick in den Tageschart. Und ich hatte es ja gesagt, das ist jetzt kein Major. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Nichtsdestotrotz interessant trotzdem, was hier zu sehen ist. Was ist interessant? Was sehen wir hier an dieser Stelle? Wir sehen hier im Neuseeland-Dollar, Singapur-Dollar ganz klar eine Tendenz, dass der Markt nach oben will. Wir haben es gesehen, dieses wichtige Zwischenhoch hier oben um die 0,90, 6, 6, 5, 6, 8 in etwa, das ist hier rausgenommen worden. Wir sind hier schön drüber gelaufen, oben rein in dieses Spike hoch, das hat sich mittlerweile kurz als Widerstandslevel auch ergeben, dann wieder runter gedreht. Aber nichtsdestotrotz, wir haben seit dem Tief hier unten im Februar einen schönen Aufwärtstrend am Laufen. Und dieser Aufwärtstrend hat es halt jetzt geschafft, diese wichtige Zwischenmarke hier oben rauszunehmen. Und das sieht man auch, wenn man in den Wochenchart reinschaut. Schaut mal, das hier ist der Abwärtstrend im Wochenchart und hier war wirklich das letzte Korrektur hoch. Und der Aufwärtstrend auf Tagesbasis, der ist auf Wochenbasis jetzt auch schon sehr, sehr schön zu sehen, der hat es halt geschafft, das oben rauszunehmen. Und damit haben wir jetzt tatsächlich bei einer Trendfortsetzung auf Tagesbasis das Potenzial, nach oben zu laufen. Und wenn wir mal schauen, was nach oben, auf der Oberseite, auf der Chartoberseite hier im Neuseeland-Dollar, Singapur-Dollar auf uns wartet, dann haben wir schon Anlaufpunkte, die durchaus interessant sein können. Hier das nächste, das nächste wäre hier das kleine Korrekturhochlevel bei 0,92,3 und dann kommt hier die 0,93,5. Da ist Potenzial zur Oberseite da und das ist das Schöne, was wir hier im Tagesschart jetzt sehen. Auch hier haben wir wieder eine sehr, sehr entscheidende Verortung und zwar hier in diesem Ausbruchsbereich haben wir gesehen, da ist der Markt zwar jetzt nicht direkt oben drüber geblieben, konnte sich also nicht direkt oben drüber stabilisieren, aber er fällt auch nicht heftig tief ab. Eine tiefere Korrektur oder eine tiefere Gegenbewegung zu diesem dynamischen Schub nach oben, die erwarte ich, wenn wir hier unten drunter fallen. Das heißt, wenn wir hier unter dieses kleine Zwischentief von vor drei Tagen gehen oder von vor vier Tagen sind wir jetzt am Ende bei 0,90,68, dann haben wir jetzt den kleinen, dann erst einmal einen Abwärtstrend und der könnte dann schon zu einer etwas tieferen Gegenbewegung sorgen. Auffanglevel haben wir hier unten, der leichte Boden, der sich gebildet hat im Bereich um die Marke von 0,89. Ich habe mal die 13 genommen hier, das ist in etwa hier um die Spike-Lose, aber man sieht es hier unten, das Level, das ist sehr, sehr wichtig und das wäre durchaus ein Anlaufpunkt, sollten wir unten drunter durchrutschen. Aber momentan hat der Markt diesen Bereich hier unten um die 0,90,68 immer genutzt, um entsprechend schön nach oben aufzulaufen und da wäre es jetzt interessant, wenn wir schön den Schub nach oben bekommen, da können wir durchaus hier auf die 0,91,72 drüber laufen, zur Trendfortsetzung ansetzen und der nächste kleine Anlaufbereich, den haben wir dann schon hier bei 0,92,3. Das mit Blick in das Währungspaar Neuseeland-Dollar, Singapur-Dollar, dann schalte ich rüber in das Währungspaar Austral-Dollar, Schweizer Franken. Wartet mal, ich ziehe das mal rüber hier, zack, da haben wir es, Austral-Dollar, Schweizer Franken. Wir gucken uns das Ganze mal an, kurz hier im 4-Stunden-Chart sehen wir schon wieder mal eine Seitwärtsphase, ein Range-Median, eine Unterstützung hier unten. Also alles dabei, was man in einer hervorragenden Seitwärtsphase entsprechend braucht. Seitwärtsphase, wenn wir uns das ganze Bild mal anschauen wollen, hier auf Tagesbasis gesehen, hier haben wir es einfach stehen. Oben wollte der Markt nicht über die 0,66 drüber, unten drunter, ja hier der größere Boden, nicht bei 0,64,4 und zwischendrin hier das Magenta markierte, der Magenta markierte Bereich. Das ist der untere Schwungbereich um die Marke von 0,65 und dann haben wir noch zwischendrin eine Marke, die auch immer mal Relevanzen gefunden hat und das ist hier die 0,65,600. Die Marken, das ist das, was wir auch im Tageschart gut sehen. Wir schauen uns das Ganze aber in der kleineren Zeiteinheit an, hier im 4-Stunden-Chart. Und da raffe ich das Bild mal kurz zusammen, damit wir einfach mal uns von, naja, ich sage ich mal, etwas weiterer Entfernung, das aktuelle Geschehen anschauen können. Und hier sehen wir es relativ klar und deutlich. Ich muss mal kurz noch eine andere Marke einziehen. Hier also diese Bereiche, wir haben schon einige Bereiche hier, die relevant sind. Und jetzt kommt es wirklich darauf an, wie es weitergeht. Wir sehen hier den Seitwärtsschwung. Wir sehen hier, dass sich der Markt zwischendrin von der 0,65,8,5 lösen konnte, nach oben raufgelaufen ist, ist aber direkt wieder hier oben in diesem Widerstandsband um die 0,66,2 hängen geblieben. Läuft jetzt runter und jetzt kommt es wirklich darauf an, hat dieses kleine Unterstützungsband hier unten bei 0,65,85 das Zeug dazu, die Unterstützung zu sein, dass der Markt hier nach oben rausschieben kann, dann haben wir gute Chancen nach oben zu laufen. Nimmt man das raus, setzt sich diese Aufwärtsdynamik nach oben fort. Nächste Anlaufpunkte dann hier oben drinnen bei 0,66,5,9 bzw. auf der Oberseite dann hier oben die Level bei 0,67 bzw. hier oben am Hoch 0,67,30. Das sind mal die Marker auf der Oberseite. Er kommt zum Abprall von oben nach unten, also laufen wir nicht drüber, sondern prallen wir tatsächlich ab und setzen das Ganze hier nach unten hin fort. Dann sind die nahen Anlaufpunkte oder ist der nächste nahe Anlaufpunkt auf der Chartunterseite hier die 0,65,6 bzw. dann hier unten drin der Auffangbereich, den wir hier drin stehen haben, die 0,65 bzw. hier dieses kleine Zwischentief hier. Da haben wir so diesen Bereich knapp um die 0,65,2, also 0,65,2. Das sind die kurzfristigen Marker, die wir auf der Unterseite haben, sollte es tatsächlich hier zur Abwärtsdynamik kommen. Und die Lage auf der Oberseite ist schon relativ prekär, wenn wir uns das mal anschauen wollen, hier im Tageschart, wo wir Widerstandslevel haben. Schaut euch das mal an hier oben. Das ist gesäumt von Widerständen, weil der Markt oben drüber immer noch abwärts gerichtet ist. Und aus diesem Grund ist die aktuelle Verortung für die Longseite zwar gegeben, aber es ist halt wirklich eine schwierige Phase, die wir da oben haben. Und das muss man immer wieder sehen. Und deswegen haben auch die Abwärtslevel immer mal wieder, ja sag ich mal, die Chance auch auf Ausdehnung zur Unterseite hin. Und man muss einfach mal schauen, was an diesen oberen Leveln passiert. Deswegen auch an den oberen Leveln, an den Widerstandsleveln einfach mal auf die Lauer legen im kleinen Bereich und schauen, wenn es da Abprallbewegungen gibt. Die kann man sehr schön traden, wenn dort nicht gleich die Dynamik nach oben mit reinkommt. Wie schon gesagt, das Ganze hier mit dem Blick auf Australien oder Schweizer Franken. Oben liegt einiges drüber. Wir sehen es an den vielen Linien. Also es ist wirklich ein großer Bereich. Kurzfristig ist Luft nach oben da. Wir müssen einfach nur schauen, was geht hier los. Das heißt, noch einmal kurz, wenn wir hier im 4-Stunden-Chat tatsächlich es schaffen, die 0,662 rauszunehmen, dann ist Potenzial nach oben da. Prallen wir ab, dann sehen wir eher die Unterseite mit den Leveln auf der Unterseite. Und damit schalte ich noch rüber in das Währungspaar Austral-Dollar, Moment, Austral-Dollar, Kan-Dollar, US-Dollar, Kan-Dollar, so rum. Da ist er nämlich auf der Uhr. Diesmal schon wieder Kan-Dollar. Ja, wir hatten diese Woche oft Kan-Dollar, aber es ist einfach interessant, was hier passiert. Deswegen ist das Währungspaar so oft heute oder diese Woche mit auf der Uhr gewesen. Im Kan-Dollar sehen wir eine weitere Seitwärts-Range hier in diesem Bereich und die läuft schon eine ganze Weile. Hier der Schwungbereich oben der Deckel bei 1,368,6 drauf, unten der Boden bei 1,348,5. Das ist mal der Schwungbereich. Und hier war interessant zu sehen, was gestern passiert ist. Gestern hat es angefangen, unten am Boden wieder mal nach oben hin rumzudrehen. Und jetzt wird es interessant. Jetzt bitte aufgepasst. Wir sind jetzt auf dem Weg nach oben. Also hier, wenn wir durchaus dynamisch bleiben, ohne weiteres die obere Seite der Range auch anlaufen. Das heißt oben, das Ziel für die Oberseite steht erstmal ganz klar fest, 1,368,6. Das ist das eine. Aber, und das ist das Interessante jetzt an dieser Stelle, ist, wenn wir uns mal anschauen, was innerhalb der Range in den letzten Versuchen um die Marke von 1,36,23 passiert ist, da sehen wir momentan auch eine gute Chance für die Unterseite. Das heißt, wenn wir hier noch ein Stück höher klettern und hier oben tatsächlich wieder, wie bei den letzten Versuchen, rumdrehen, ja, deswegen ist das hier oben so ein entscheidendes Level, dann haben wir gute Chancen, die Unterseite wieder anzulaufen. Also das heißt, hier aus dem Median der Range oder aus dem Bereich des Medians lässt sich durchaus so ein bisschen was ableiten. Weil wir haben es gesehen, entweder es lief über diese Marke drüber und dann haben wir die Oberseite angelaufen. Das heißt, das wäre dann ganz klar ranlaufen, testen, hoch oder wir sind ran gelaufen, haben getestet und sind direkt wieder nach unten abgedreht. Und das ist der Drehpunkt und den gilt es hier auf die Lauer zu legen. Also schön, das Währungspaar hier für die Watchlist für heute und das Ganze zu nehmen. Und da wird es wirklich interessant, was hier oben passiert. Wir schauen uns das mal kurz noch im 15-Minuten-Chart an, damit man das mal so ein bisschen erkennen kann, was hier an dieser Stelle los ist. Ich ziehe den Chart mal kurz rüber und schaut euch das mal an. Das hier ist dieser Bereich, den ich oben angekreuzt hatte, wo sich der Markt immer wieder gesammelt hat und dann nach unten rumgedreht hat. Und schaut mal, so sieht das aus. Drüber gelaufen, hier ist er noch ein ganz Stückchen weit nach oben gelaufen, da oben hier, da ist der Deckel gewesen. Und dann ist er ran gelaufen, hier schaut mal, Aufwärtstrend nach oben gelaufen. Spike gemacht, nach unten, Korrektur, Abwärtstrend gebildet, Aufwärtstrend rausgenommen, zack, ging es nach unten. Gleiches Bild hier drüben, schaut schön nach oben rein, in den Median, zack, unten rausgelaufen, Abwärtstrend gebildet, Shark ging es nach unten. Hier noch ein Auffangbereich gewesen, ja, und das Ganze ist dann noch etwas in größerem Bilde getrieben. Also es bleibt sehr, sehr interessant bei der aktuellen Verortung im Währungspaar kanadischer Dollar, also US-Dollar, Kan-Dollar an dieser Stelle, wie das Ganze hier weitergeht. Sehr, sehr interessant, der Bereich, wo es ist. Wenn wir jetzt übrigens direkt rumdrehen, wäre das auch schon ein größeres Zeichen von Schwäche, dass wir nicht mehr mal diesen oberen Bereich hier anlaufen, sondern eher rumdrehen. Und das gibt uns dann auch die Chance, jetzt nicht nur, wenn der Rumkehr jetzt schon kommen sollte, jetzt nicht nur direkt wieder in den unteren Bereich reinzulaufen, sondern direkt auch hier das Zwischentief dann rauszunehmen. Also wenn die Unterseite durchbrochen wird, wäre das ein deutliches Verkaufssignal. Und der nächste Anlaufpunkt, den wir hier haben, wäre mal hier diese Unterseite bei 1,338, beziehungsweise hier das Level um die 1,3315 im 4-Stunden-Chart. Sehr, sehr schön zu sehen vom kanadischen Dollar. Damit werden die drei Handelsideen für heute durchgesprochen. Und wir gehen jetzt mal eben noch auf die Rundum-Geschichte ein. Das heißt, wir schauen mal eben kurz auf die Geschichte mit dem Öl. Da haben wir ja Brand und wir haben das WTI. WTI übrigens an dieser Stelle nicht mehr das alte Kürzel. WTI nehmen bitte. Wir haben hier ein anderes Kürzel. Das ist jetzt XTI USD. Das ist also sozusagen das Brand, was wir da an dieser Stelle haben. Da haben wir es mal da. Das Ganze auch mal kurz im Tageschart. Und wir sehen hier an dieser Stelle auch in dem Währungspaar, im Währungspaar sage ich schon, auch im Chart vom WTI, dieses Level hier oben an diesem Gap. Das ist ein wichtiges Level. Das ist ein Widerstandslevel. Da will der Markt momentan nicht so richtig drüber hinaus. Wir sehen es, er hadert dort oben extrem. Er probiert das immer aus, geht unten raus. Probiert wieder an, geht unten rein. Probiert wieder an, geht unten rein. Ich sage mal so, im Normalfall wäre das jetzt hier, oder ist das hier ja ein ansteigendes Dreieck, was in aller Regel nach oben aufgelöst wird. Aber es ist in meinen Augen hier auch so ein bisschen ein Zeichen fundamental begründet, auch so ein bisschen ein Zeichen von Schwäche. Wenn der Markt hier tatsächlich nicht oben rein will und wir hier oben so eine leichte Rundung auch sehen, dass der Markt wirklich hier ran will. Und das Dreieck hier oben ist auch nicht wirklich sauber. Ein sauberes Dreieck, das würde hier oben eine Linie haben. Aber wir haben ja hier auch leicht steigende Hochs. Es ist jetzt kein klassisches Dreieck, dass man eine flache Oberseite hat und eine ansteigende Unterseite. Nein, das ist es nicht. Es ist leicht gerundet. Und wir sehen hier oben immer wieder Schwäche rein. Das heißt, hier kann es durchaus dazu kommen, dass sich diese Unterseite als Linie ergibt, wo der Markt durchbricht und dann deutlich Druck zur Unterseite bekommt. Das behalte ich mal auf der Uhr. Möglicherweise kriegen wir hier für die nächste Woche auch schon das Signal, das Abwärtssignal. Einen ersten Trade in diese Richtung hatte ich auch jetzt schon auch mal probiert am Laufen zur Unterseite. Das hat aber noch nicht ganz geklappt. Aber nach oben kommt einfach keine Dynamik rein. Das heißt, das schaut mir echt schon so ein bisschen aus, als wenn der Markt hier nicht hoch will, sondern eher nach unten will. Das ist so ein bisschen die Lesweise, dieses zögerliche Verhalten. Das gleiche Bild haben wir hier entsprechend auch im Brand, wenn wir uns das mal anschauen. Ich gehe hier noch mal kurz auf den Tag. Das steht noch ein bisschen unter dem Loch, also quasi unter dem Loch, sage ich schon, unter dem Gap an dieser Stelle. Müssen wir sehen. Das haben wir hier oben bei 45, 75, aber hier auch an dieser Stelle. Der Markt will nicht so richtig hoch. Er will zwar auch noch nicht runter, ja, aber es wird schon gefährlich. Das Verhalten hier oben an dieser Stelle, das sieht mir nicht so wirklich bullisch aus. Muss man schauen, wie schon gesagt, Wirtschaftsnachrichten sind ja momentan auch nicht so prall, dass man sagen kann, es muss jetzt unbedingt nach oben durchlaufen. Es kann auch deutlich nach unten gehen. Die Marke haben wir da. Wie schon gesagt, ich behalte das Ganze hier auf der Uhr. Und damit gehen wir mal noch eben auf die Indizes ein. Zumindest mal an dieser Stelle noch auf den DAX. An diesem Punkt, wir sehen es hier, der DAX im Tagesschart weiterhin verortet um den Bereich 12.900 bis 13.000 Punkte. Wir haben es gesehen, gestern, vorgestern ist er hier oben leicht rüber gegangen über diese 13.000 Punkte Marke. Gestern das Verharren auf diesem Niveau oder in diesem Widerstandsbereich. Wie schon gesagt, die EZB konnte hier nicht dafür sorgen, dass es deutliche Bewegungen gab. Das ist jetzt gut und auch nicht so gut für die Bullen. Die hätten sich wahrscheinlich wirklich gewünscht, dass es ein gutes Event wird und der Markt hier oben reinschiebt ins Gap bzw. Richtung Allzeithoch. Auf der anderen Seite, wir sind noch in diesem oberen Bereich und wir haben hier tatsächlich auch die Chance rauszulaufen. Wichtige Stellen oder wichtige Stellschrauben sind an dieser Seite hier oben. Der Markt um das Tageshoch von vorgestern, das liegt bei 13.004 Zählern in etwa. Wartet, ich suche es euch mal ganz kurz raus. Das Hoch haben wir hier in diesem Chart-Moment. Wir haben es liegen bei 13.001. Da liegt es drin. Also das Tageshoch von vorgestern, das ist ein wichtiger Parameter, eine wichtige Range-Oberseite. Das heißt, wartet mal kurz, ich muss noch mal kurz auf den Tag. Also unten 12.772 war das Tagestief, 13.001 das Tageshoch. In diesem Bereich schwanken wir momentan und Brüche wären gute Indikatoren für eine gute kurzfristige Richtung. Das heißt, Bruch unten drunter oder Bruch oben drüber gibt uns wichtige Marker hier mit an. Und wenn wir das jetzt mal kurz noch zusammenraffen, wo haben wir die 12.7 hier unten? Das ist die Unterseite, hier oben entsprechend die Oberseite und das ist der Marker. Momentan, wie schon gesagt, sehen wir einen Markt, der hier auch in diesem Bild eher nach oben als nach unten will. Der kleine Bereich hier unten in diesem Gebiet hier, der hat auch dafür gesorgt, dass die Märkte nach oben ansteigen. Also da wird auch noch nichts aufgegeben. Man bricht einfach drunter, das gibt es nicht. Sollten wir hier unten unter dieses Level drunter fahren, also hier unter diesem Bereich ganz grob, unter die 12.800-Punkte-Marke, das wäre eher ein Verkaufssignal, ein kurzfristiges, dass der Markt eher die Unterseite sucht und wenn das so kommen sollte, dann haben wir hier ein Stückchen Platz nach unten auf die Märkte von ungefähr 12.530 Punkten. Als nächstes mal als erstes auf der Unterseite. Sollten wir allerdings stark bleiben und hier uns über das heutige Tageshoch fortsetzen, Richtung der Außenkerze hier bei 13.001, das wäre schön zu sehen. Und dann haben wir nämlich Luft nach oben, wenn wir das rausnehmen. Schaut mal, hier ist nicht wirklich viel, was auffällt in diesem Bereich und das wäre sehr, sehr positiv zu sehen. Damit hätten wir, denke ich mal, die wichtigsten Marker an dieser Stelle auch besprochen. Von der Seite her würde ich sagen, wir machen jetzt auch gleich mit dem zweiten Teil an dieser Stelle weiter. Wir schauen ins Beachbook rein. Ich sage an dieser Stelle, hier hoffe, die erste Marktbetrachtung hat ein bisschen positiven Input gebracht. Das Ganze kann gut genutzt werden für den einen oder anderen Trade auch am heutigen Tag, die Chancen, die sich ergeben. In die Märkte live schauen wir wieder rein. Dann am Montag, wie schon gesagt, pünktlich um 8.30 Uhr. Ich denke mal, dann wird auch das Livestreaming wieder ordentlich funktionieren. Das Internet sollte dann auch wieder klasse funktionieren. Ihr habt die Info bekommen, dass hier bei uns alles wieder jetzt in Zeitnähe so funktionieren sollte, wie vorher. Also, wir schauen jetzt im zweiten Teil auf das US Beachbook und wie schon gesagt, die nächsten Live-Charts gibt es dann am Montag. Also, ich mache kurz das zweite Video und dann geht es hier direkt weiter.